Yo Leute was geht aber herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind in den Playoffs angekommen. Wildcard, was heißt Playoffs? Wildcard eher gesagt. Erstes Quarter gespielt. Ich hab auf Dingens gestellt hier, auf hier. Nur Offense Plays. Ich hab mal Bock nur Offense Plays zu spielen. Flag. Facemask wahrscheinlich, oder? Doch, Facemask. Gegen Dehance. Okay, gut. Das heißt, ich kann entscheiden. Na gut, ist egal, wir drücken euch. Super, wir sind richtig schön nah an der Endzone. Wir führen 7-0. McCann's City. Playoffs angekommen. Ich weiß, es ist gar kein Spiel in der Season gekommen, aber ich wollte direkt mal in die Playoffs gehen. Wir sind ganz knapp mal in die Playoffs gekommen. Das ging die Jackson mit Jaguars. Das zweite Spiel. Leute, ich zeige euch jetzt mal den Spieler, den ich hier so hoch leveln möchte. Wahrscheinlich habt ihr im letzten Video gesehen, den Typ wollte ich schön hoch traden. Und hab den jetzt auch schon richtig hoch gedreht. Der war in den 60er oder sowas. Hab den jetzt schon auf den 75er. Und der Quarterback ist, äh, YGC, wer waren das? 17. Ich glaube, der ist auch neu. Und dann haben wir sicher. Wer war das Haus? Keine Ahnung, ob der Neues, ich glaube nicht. Ich kann sein. 13, 14, 0 und wir haben wieder bei. 14, 0 und wir haben wieder bei. Sehr gut. Hier haben wir den, äh, ich will den schön hochrauen hier. Deswegen lasse ich, und der war sehr gut in der Season. Nicht erster Ball, den der wirft direkt in Intersection. Den können wir direkt wieder raus tun eigentlich. Jetzt kriegt das nicht mehr. So kriegt das jetzt machen, ja. Digger, ich tu den direkt wieder raus. Ich wollte gerade eigentlich schon sagen, der war super, aber der hat natürlich direkt scheiße gemacht im ersten Ruf. Das ist natürlich kacka. So, bitte machen die jetzt kein Verstand. Ja, oh, nur drei Punkte. Ich wollte gerade schon sagen. Sehr gut, sehr gut. 14, 3, zweites Quarter, danach haben die wieder Ball. Gibt es eine Minute und 40 Zeit hin. Geilen, fetten, dicken, dicken Touchdown zu scoren. Ja, der ist drin. Sehr gut, Wortwirtwins. Nee, ich finde diesen Erkortowack nur gut, weil der hat in fünf Spielen, oder in drei Spielen, 85,8 oder 70 Hardwürfe geworfen. Ich muss sagen, der kommt gerade frisch vom College und wirft da schon so welche Dinger. Direkte Intersection. Ich krieg da einen Anfall in diesem Schuss-Game. Spätestens... Ach nee, jetzt würde er mich arschen. Ist er verletzt, Alter. Wie viel machen die kein Touchdown? So, bitte machen die kein Touchdown. Die machen natürlich die Touchdown, ist ja logisch. Ich klicke immer auf die Fresse, wenn ich hier schiebe. So, komm. Ich will mal auf den jetzt fangen. Gefälle. KC, du Schönen. Bissens, so ein Mensch. Ja, superschön, 53 Sekunden noch machen. Hatte ich bei mir gar nichts. Hallo. Ich drücke noch. Danke. Jetzt haben sie schuldig an sich. Das ist aber auch egal. Startteil. Ah nee. Ich will es weg. Helle ist 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 weg. müssen. 2-3-6. Ich hätte gerne noch einen Touchdown scoren, weil die werden einen Touchdown direkt zur Hälfte machen. 19 Sekunden Zeit. Ich hoffe jetzt wird einer schimpft. Ja, ich hab den. Jetzt, bitte fang den. Mann! Das hätte der Spaß genau noch. Ihre, sie haben keinen Touchdown gemacht. Und ich hab jetzt wieder Ball. Das ist gut. Das ist für mich zu verarschen, Alter. Ich wusste jetzt nicht direkt, dass ich schon Ball habe. Habe ich tatsächlich, wusste ich nicht. Ey, das fände ich so beschissen in Madden. Die haben die Bälle safe und dann droppen die wieder. Bitte wird das in Madden 22 besser gemacht. Das fände ich schon mal. Das fände ich erstens gut. Zwei ging es sowieso besser. In Jacksonville Jaguars haben wir 2020. Und Madden dann mit dem geilen, äh, Quarterback aus dem College. Der wird dann reinkommen. Freut mich schon drauf. Wir müssen einen Touchdown machen. Ich will jetzt nicht in der Wildcats schon rausfinden. Ganz ehrlich. Wenn ich schon rausfliege, kann ich jetzt fang den. Jetzt renn, 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 renn. Ja, Touchdown. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die haben auch einen Touchdown gemacht. Mann. Hä? Ich muss halt richtig auf Schwitzbasis gerade spielen, weil wenn die noch einen Touchdown machen, holen die das Ding wahrscheinlich. Und ich möchte, dass die das gefälligste kacken, meinetwegen knapp oder gut. Und ich hoffe, ich krieg irgendwie, keine Ahnung, die Denver Broncos oder so. Das ist geil. Das stimmt. Die haben es ja gar nicht geschafft. Und so einen richtig schlechten Kack-Gegner. Bitte droppt denn jetzt nicht. Ja, er hat ihn. Ehre. Wie viel habe ich denn jetzt in der Raumschule geworfen? So, komm. Lassen wir mal auf in dem Spiel drin. Sehr schön, Alter. Wunsch wäre natürlich Superball, aber das müssen wir dann noch mal gucken. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier überhaupt generell mal weiterkomme. Ja! Komm, fick dich. Ja, Kelsey, guck nicht so komisch. Geh vor dem... In Maddenbuck doch sowieso alles rum. Dann stell dich vorhin. Bitte nicht, bitte nicht. Haha, Ehre. Sie haben es nicht geschafft. Viertes Squad hat 2 Minuten 36. Ach du Scheiße. Ja, komm, pass jetzt. Danke. Scheiße, jetzt habe ich aber irgendwas gedrückt. Hätten wir Hill, Taysen, äh, Tyree Kill. Warum sag ich die ganze These? Tyree Kill. Hätten wir den Typen noch. Ich glaube, den haben wir nämlich nicht mehr, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. So. Hätten wir den Typen noch. Dann wäre aber wirklich in dem Gelände, weil der fängt sowas. Das weiß ich. Er dropped schon wieder den Ball. Was ist mit seiner... Alter, ich kriege hier schon wieder einen Anfall. Ich habe keinen Bock, den Ball gleich wegzugeben. Komm. Jetzt fang den scheiß Ball wenigstens. Komm, jetzt. Komm. Ja. Zweiter Tag. Ja. Haha. Ja, sehr gut. Da sind deine. Alles ist auch egal. Ah ja, genau. Das war ja der Talent, den ich mir gekauft habe. Ähm, Dingens. Die haben auch ein, äh, Dingens gemacht. Und hat schon scheiße. Jetzt ist wieder keine Schlage, weil... Die haben eine Two Point reingemacht. Also, glaube ich jedenfalls. Und jetzt nicht ganz sicher, aber kann sein. Dieser fette Typ, warum spielt der denn in der Scheiß Off-Hits, Alter. Soll er in den O-Line spielen oder D-Line oder sowas. Und geht schön tight-schirpen mit dem Homes erstmal. Ich probiere so richtig lange Bälle zu ziehen. Ich hoffe, es wird dann einfach eine Interception. Oh, nein. Touchdown! Ja, Alter. Aus so einem Run ein Touchdown. Wir führen wieder richtig hoch. Wir machen den Punkt noch. Die machen auch einen Touchdown. 30 Sekunden noch. Kann jetzt in der Regel eigentlich die ganze Zeit hin machen. Und jetzt tragen sich unsere Team Appen цен. Jetzt ziehen die ihre Time-Out Não. Ich mache das jetzt extra. Warte, war jetzt ja 2018 sogar. Bin ich so. Jetzt wird nun ein Nhungen erneut bei der Abwinner ? Mach noch mal einen Run! Jetzt schicken wir in dem sondern ein bisschen Zeit! Wir locken in die Bistückkraft eine andere gewinnt. Wenn wir jetzt noch einen robben. 15 jahrt hat staunen alter wir haben sogar noch eine ball wie geil dass sie das schild jetzt geholt haben der mario und wir sind eine runde weiter jetzt gewollt ja okay leute ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video keine ahnung